bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe geschwister, like den beitrag, teilt den beitrag, damit wir heute viele viele menschen erreichen. bevor ich anfange, bevor die leute eintrudeln, es wird langsam immer mehr, wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, wollte ich erstmal sagen, ich bin inshallah im dezember, mache ich wieder eine umrah und wer mitfahren will, der sollte einfach bei bakka reisen melden, inshallah, über die winterferien bzw. die weihnachtsferien und inshallah, wie ihr wisst, steht inshallah am 11. august das opferfest an, es ist sunnamu akkada, nach einigen gelehrten auch pflicht, dort für sich und seine familie, also die leute, die man versorgt, frau und so weiter, ein schaf, ein opfer zu bringen, ein schaf zu schlachten oder also es werden diesmal nur schafe angeboten, ich habe darüber auch schon einmal einen vortrag gemacht, ja und es ist eigentlich zunna, das in dem ort zu machen, wo man selber ist und das auch selber zu machen, aber durch die vorschriften, die es in deutschland gibt, ist das nicht für jeden leicht, in deutschland, in der österreich oder in der schweiz, ein schaf zu opfern und deswegen gibt es die möglichkeit, das für sich tun zu lassen, am islamischen land, das könnt ihr auf ihed nachschauen, geht einfach auf ihed und da könnt ihr dort nachschauen, da gibt es verschiedene länder wie somalia, syrien, gaza, wo dann schafe geschlachtet werden, das fleisch an erarme, bedürftige menschen verteilt wird, das thema, ja das ist hier nicht jetzt, das thema ist jetzt nicht hier, wie man die umra macht, ich würde euch den ratschlag geben, dass ihr einfach auf die seite geht, vom backer reisen und euch dort weiter informiert, ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, auf jeden fall, das thema habt ihr schon gesehen, das thema ist, ist das problem, eben die mangelnde Dawa oder die Vielzahl der Dawa, was heißt die mangelnde Dawa, was heißt Dawa überhaupt, Dawa kommt von dem Wort, das ist aufrufen, jemand rufen, damit ist der Ruf zum Islam gemeint, der Prophet a.s.w. sagte, wer zu einer Rechtleitung ruft, der kriegt den Lohn davon und dem Lohn, der dieser Rechtleitung folgt, ohne dass das denen, also die der Rechtleitung folgen, etwas wegnimmt, am Lohn, ja, obwohl er den Lohn kriegt, kriegen die auch den vollen Lohn, das heißt, ich rufe jemanden zum Gebet beispielsweise, da kriege ich den Lohn dafür, dass ich ihn zum Gebet gerufen habe und jedes Mal, wenn er betet, kriege ich auch den Lohn dazu, wenn er anfängt, ja, und jedes Mal kriege ich auch den Lohn davon, aber er kriegt den Lohn für sein Gebet nicht abgezogen, das heißt, das ist eine wunderbare Tat und deswegen sagt Allah auch im Koran, wessen Wort ist besser, als wer zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, wahrlich, ich gehöre zu den Gottergebenen, das heißt, eine gewaltige Tat und das ist die Aufgabe aller Propheten gewesen, alle Propheten kamen mit der Dauer und die Dauer beschränkt sich nicht nur auf den Aufruf der Nicht-Muslime, sondern wir sehen hier, der Hadith sagt nicht, Menda'il al-Hudda, il-el-Hudda, el-Hudda, sondern Menda'il al-Hudda, was ist der Unterschied, ja, was ist der Unterschied, ich war noch nie in Mönchengladbach, oder fragt besser die Fragen nachher, also was heißt, ich war noch nie dort, ich habe da manchmal eine Moschee besucht, aber ich habe nie in Mönchengladbach gelebt, okay, nochmal zum Thema zurück, Was ist der Unterschied zwischen Menda'il al-Hudda und Menda'il al-Hudden? Menda'il al-Hudda bedeutet auf Deutsch, wer zu der Rechtleitung ruft und Menda'il al-Hudda, il-Hudden heißt, wer zu einer Rechtleitung ruft, wer zu einer Rechtleitung ruft und in der Realität Menda'il al-Hudda bedeutet das, Menda'il al-Hudda, wer zu Rechtleitung ruft, das heißt, wer zum Islam ruft, das heißt, man würde darunter verstehen, wer einen Nichtmuslim zum Islam ruft, aber Menda'il al-Hudda bezieht alles, eine Rechtleitung, das heißt, eine Rechtleitung ist zum Beispiel, wenn ich jemanden zum Gebet rufe, eine Rechtleitung ist, wenn ich jemanden dazu motiviere, in der Moschee zu beten, anstatt zu Hause zu beten, eine Rechtleitung ist, wenn ich jemanden dazu motiviere, die Askar zu machen, möge Allah uns helfen, die Askar, Kraft geben, die Askar nach den Gebeten immer zu verrichten, das heißt, sowohl eine Tat, die Moustahab, die erwünscht ist, als auch eine Tat, die verpflichtend ist, als auch zum Islam zu rufen, das ist alles eine Rechtleitung, beziehungsweise die Rechtleitung, alles ist in diesem Hadith mit drin. So, jetzt die Frage, was ist das Problem, was wir haben? Ist das Problem, dass zu wenig zu den Rechtleitungen gerufen wird? Oder ist das Problem, dass zu viele zu der Rechtleitung rufen? Was ist das Problem, was wir haben? Was denkt ihr? Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt für wahnsinnig halten. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, wie? Ist doch klar, das Problem ist, dass zu wenig zur Rechtleitung gerufen wird. Jugendliche sitzen in der Shisha-Bar, sitzen im Spielcasino oder in noch schlimmere Orte und in die Disco. Keiner sagt ihnen, hey Bruder, Achie, das, was du machst, ist nicht gut. Es werden Drogen genommen und keiner sagt, hey Bruder, das, was du machst, ist nicht gut. Gut, guck mal, der Prophet, a.s.w. hat das und das gesagt. Ja, hier, endlich mal gibt einer eine Antwort. Kerim, Jazakallah ukhera. Okay, sagt mir eure Meinung, wird zu wenig gerufen oder gibt es zu viele, die rufen? Leute beten nicht, die beten auf der Arbeit nicht. Gibt es zu viele, die denen sagen, ja, rufe, die denen sagen, ja, bete doch, Bruder, das Gebet ist ganz wichtig. Guck mal, der Prophet, a.s.w. hat so und so gesagt. Doch gibt es zu wenige. Was ist die Antwort? Ihr werdet wahrscheinlich alle der Meinung sein, ja klar, ist doch logisch. Es gibt viel zu wenige, die rufen. Der Mangel der Dauer ist das Problem. Der Mangel der Dauer ist das Problem. Das werden viele sagen. So. Und jetzt. So. Und jetzt. Was ist die Lösung? Und dieses Problem habe ich von vornherein, von vornherein entdeckt. Von vornherein habe ich dieses Problem entdeckt. Dass unser Problem daran liegt, dass es zu wenige gibt, die zum Weg Allahs rufen. Dass es zu wenige gibt. Als ich Muslim geworden bin, bin ich eigentlich durch Selbstrecherche zum Islam gekommen. Das heißt, ich habe, es gab keinen Muslim, der aktiv versucht hat, mich zum Islam zu bewegen. Vielleicht hat jemand das indirekt versucht, aber es gab nicht wirklich einen aktiven Versuch, dass irgendetwas unternommen wird. Und so kenne ich so viele Leute. Ich kenne sogar Leute, die gestorben sind ohne Islam, die nie einer wirklich versucht hat, die Wahrheit beizubringen. Es ist so weit, dass es Muslime gibt, die die absoluten Grundlagen ihrer Religion nicht kennen. Und nie hat jemand was davon gesagt. Die haben absolut keine Ahnung. Brüder und Schwestern, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier auf der Seite manchmal für Sachen erleben. Für mich war es zum Beispiel unvorstellbar, dass ein Muslim, der 20 Jahre alt ist, nicht weiß, wann das Fasten beginnt. Das war für mich absolut unvorstellbar, weil das wusste ich schon im ersten Jahr, nachdem ich Muslim geworden bin. Ich konnte es nicht begreifen, dass jemand nicht weiß, ob das mit Fajr beginnt oder mit Sonnenaufgang beginnt. Das ist jetzt sogar eine harmlose Frage. Da gibt es ganz viele, die diese Frage stellen. Wurde eine nicht schlimme Zeit. Die Zeit ist besser geworden als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es viel schlimmer gewesen. Noch, viel, viel schlimmer. Es ist viel, viel besser geworden. Vor 20 Jahren hast du, ich habe mal nachgeguckt, lieber Bruder Karim, was ich für Bücher gelesen habe, als ich mich mit dem, als ich mich mit dem, mit dem, mit dem Islam beschäftigt habe. Ich habe mich, ich habe, ich habe, ich habe geguckt, was ich für Bücher gelesen habe, als ich mich mit dem Islam beschäftigt habe. Weil ich habe letztens in den Büchern rumgestöbert, die irgendwo vorbarrikadiert sind. Und da habe ich mir gedacht, Subhanallah, wie bist du da überhaupt Muslim geworden? Von irgendwelchen Orientalisten und von absoluten Islamfeinden. Fatima Mernisi. Ja, das ist so was wie, ja, wie heutzutage so Leute wie Ahmed Mansour und Co., die mit dem Islam gar nichts zu tun haben. Die puren Kuffer in ihren Büchern verbreiten. Ja, so. Und Subhanallah, da habe ich mir gedacht, wie bist du da, wie bist du da überhaupt zum Islam gekommen? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, deswegen, das hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Aber ich habe gemerkt, dass es so viele gibt, die nie einer darauf aufmerksam macht. Die Sünde ist komplett, die Sünde ist komplett normal. Jemand hat eine Freundin, der schämt sich nicht mehr. Hamdudas hat sich in vielen Teilen stark verbessert. Kopftuch. Das ist normal. Nicht zu beten. Das ist ganz normal. Ich war wirklich, wie ich ganz am Anfang Muslim geworden bin, ich war schockiert gewesen. Ich war schockiert gewesen, zu merken, beispielsweise beim Ramadan, wie viele nicht gefastet haben. und voll begeistert waren, dass ich faste, die mich sogar gefragt haben, ob ich faste. Und voll begeistert waren, dass ich fünfmal am Tag bete. Das war für mich normal gewesen. Das heißt, es kam keiner, der mich aktiv aufgerufen hat. Es gab keine Leute, die aktiv die Jugendlichen von der Straße geholt haben. Das heißt, für mich war von vornherein klar, wir haben es hier mit Millionen von Muslimen zu tun, mit Millionen von Muslimen zu tun, und hunderttausende von muslimischen Jugendlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Religion nicht praktizieren, aber nirgendwo wird aufgerufen. ganz selten. Und deswegen war von vornherein mein Ziel, die Botschaft überall zu verbreiten. Deswegen war von vornherein mein Ziel, die Botschaft überall zu verbreiten, und da muss man Strategien für entwickeln. Und die Strategie war damals gewesen, dass ich Vorträge übersetze oder Vorträge mache und die Leute einlade, damit viele auf einmal kommen. Woher hatte ich diese Idee gehabt, liebe Geschwister? Diese Idee hatte ich, also ich hatte schon ganz Anfang, als ich Muslim geworden bin, hatte ich natürlich solche Gedanken gehabt, wie kann ich die Botschaft verbreiten? Aber die Idee kam mir unter anderem durch bestimmte Prediger aus Englischsprachenländern, wie Saki Naik, beispielsweise Biller Philips, die Hallen gemietet haben, Leute eingeladen haben, Nicht-Muslime eingeladen haben und dort mit den Menschen gesprochen haben. Und die Idee kam mir dann, als ich in Mekka habe, haben wir ein Sira-Buch im Unterricht studiert und da habe ich gelesen, dass der Prophet am Anfang seiner Dauer auf den Berg Safa gegangen ist und die Menschen aufgerufen hat, zu kommen. Er hat sie alle auf einmal aufgerufen. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, um viele auf einmal zu erreichen. Okay? Um viele auf einmal zu erreichen. So. Jetzt. Was war die Lösung gewesen? Wir hatten erstmal 1994, habe ich eine CD aufgenommen und haben gesagt, guck mal, wir drucken CDs und verteilen die. Und dann auch nochmal 1995 und dann haben wir Tag der Offenen Moschee gemacht und haben Leute eingeladen. Und nachher wurde das natürlich immer größer. Aber ich will euch nur auf diese Idee bringen. Und dann ging es weiter. Bei jedem Vortrag war es mein Anliegen gewesen, die Verantwortung für die Dauer auf andere auch zu übertragen, dass sie mit ihren Mitteln Dauer machen können, weil mir klar war, dass ich alleine diese ganzen Millionen nicht erreichen kann. Diese Hunderttausend, diese Millionen nicht erreichen kann. Und deswegen haben wir beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, die Internetseite zu verbreiten. Visitenkarten verteilt. Flyer verteilt. Infostände gemacht. Noch vor das Lease-Projekt Dauer gab es Infostände, wo Bücher verteilt wurden. Das heißt, das Ziel war, jeden Muslim dazu zu befähigen, Dauer machen zu können. Jeden Muslim dazu zu befähigen, Dauer machen zu können. Egal, welchen Wissenstand er hat. Ist das möglich? Ja, ist möglich. Sind das meine Worte? Nein, das sind die Worte von Sheikh Uthaymin, al-Rahimullah. Sheikh Uthaymin, al-Rahimullah, wurde gefragt, und ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, wie kann jemand Dauer machen, der wenig Wissen hat? Da sagte Sheikh Uthaymin, indem er zu dem ruft, was er weiß. denn der Prophet, al-Rahim, al-Rahim, sagte, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Und dann wurde der Sheikh gefragt, Sheikh Uthaymin, einer der größten Gelehrten dieser Zeit, der im Jahr 2001 gestorben ist, al-Rahimullah, von dem ich sehr viel lese. Wie macht jemand Dauer, der kein Wissen hat? Das heißt, die Frage wurde so vermittelt. Hat er gesagt, er kann Dauer machen, indem er Kassetten verteilt, Bücher verteilt, aber unter der Bedingung, dass er vor jemandem, der gutes Wissen hat, dem er vertraut, fragt, ob der Inhalt dieser Kassette, ob der Inhalt dieser Bücher vernünftig ist. Das war das Ziel. Und dementsprechend kann man es natürlich auch machen, indem man sagt, verbreite die Unterricht. Heutzutage, Geschwister, wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Über WhatsApp könnt ihr die Videos verteilen. WhatsApp gab es ja noch nicht mehr, bei der Anfangszeit, wo wir mit der Dauer angefangen haben. Ihr könnt YouTube-Kanäle aufmachen. Ihr könnt diese Beiträge auf eurer Facebook-Seite teilen. Aber das ist genau das, was die Feinde der Dauer wollten. Die Jugendlichen einschüchtern. Hey, wenn du das teilst, und dann kommt dieser Scheitan. Wenn du das teilst, dann kriegst du Probleme mit der Polizei. Welche Probleme sollst du denn kriegen? Es kann keine großen Probleme geben. Man kann dir nur etwas auf die Nerven gehen. Aber man muss auch ein Opfer für diese Botschaft geben. So. Das heißt, ist es schwer für dich, lieber Bruder, liebe Schwester, ist es schwer für dich, Dauer zu machen? Nein, es ist einfach. Wir haben nicht gesagt, ich verstehe auch nicht, weil es gibt wirklich, ich habe die Frage extra so gestellt, weil es gibt Leute, die glauben, das Problem ist, dass zu viele Leute Dauer machen. Das ist nicht das Problem. Es soll nicht jeder Dauer machen. Natürlich soll jeder Dauer machen, der auf dem richtigen Weg ist, weil die Leute von Al und Batil schon ihre Dauer machen. Zum Atheismus, zum Christen, zum Zuharergeschichten. Die stehen in der Straße. Wo stehen wir? In der Disco. Ja. In der Disco. Und ich habe damals dieses Beispiel gebracht. Immer wieder. Immer wieder. Ich gehe in Köln durch die Schildergasse. Das ist eine große Einkaufsstraße im Gürtel. Dann sehe ich alle möglichen Sekten, die dort stehen. Mormonen, Sagi Jehovas, Hare Krishna und so weiter und so fort. Keine Muslime. Die Muslime sehe ich dann vorbeikommen, original. Plakate ankleben für die Private Party. Genau. Du hast geteilt, dass es auch Dauer war. So. Deswegen. Natürlich kann jeder Dauer machen von Alu Sunna wal Jama. Aber mit den Möglichkeiten, die er hat, die Möglichkeiten, die du hast, ist Video verbreiten über Video verbreiten über WhatsApp. YouTube-Kanal verbreiten. YouTube-Kanal aufbauen. Damit meine ich nicht, dass du selber Vorträge machen sollst. Nicht, weil du mich falsch verstehst. Nein, dass du die Vorträge von beispielsweise vertrauenswürdigen Predigern auf deine Seite tust. Wenn du von Alu Sunna wal Jamaah bist. Mit wem rede ich denn hier? Rede ich hier mit Ahmadiyya? Ich rede hier mit Leuten, die von Alu Sunna wal Jamaah. Deswegen weiß ich gerne manchmal nicht, deswegen, ich kann es nicht begreifen, wie es Leute gibt. Und normalerweise hätte ich gesagt, also früher hätte ich ganz andere Worte gefunden, weil es mich wütend gemacht hat und traurig gemacht hat. Weil ich weiß, dass wir uns selber im Weg stehen, weil ich weiß, dass wir es nicht schaffen können, flächendeckend die Jugend von der Straße zu holen, von den Drogen wegzubringen, vom Sina wegzubringen, wenn wir ich kenne keinen, der Seminar oder Veranstaltungen macht wegen Geld, kenne ich keinen. Und wenn er Geld nimmt, aus bestimmten Gründen, um die Unkosten zu decken oder was auch immer, man kann dafür auch einen Lohn kriegen, so wie Leute beispielsweise einen Lohn bekommen, und das ist erlaubt im Islam, für ihre Zeit, die sie aufwenden, weil sie beispielsweise den ganzen Tag keine Arbeit fürchten können, weil sie sich auf solche Seminare vorbereiten müssen. Ich kenne Shijuch, die Geld nehmen für Auftritte, die sie machen, weil sie dafür leben und nicht anders leben können. Was sollen sie denn machen? Wie soll er effektiv, ich hab's nicht, will ich nur dazu sagen, ich nicht, aber wie soll diese Person effektiv leben können, wenn er zehn Stunden am Tag mit Wissen beschäftigt ist, nicht arbeiten gehen kann, wenn er da nicht irgendwie einen Verdienst für bekommt, wenn er eine Online-Universität oder was auch immer aufmacht. Er muss ja von irgendwas leben. Aber darum geht's jetzt gar nicht, wir sind eigentlich gerade vom Thema abgekommen. Eigentlich sollte ich diese Fragen später beantworten. Wie gesagt, ich habe noch nie für einen Vortrag Geld bekommen. Klar gibt's mal jemanden, der einem Geld in die Tasche steckt, das ist sein eigenes Problem. Aber ich bin nie zu einem Vortrag, um Geld zu bekommen. Habe vorher gesagt, ich kriege den und den Lohn, wenn ich komme, mache bei euch einen Vortrag. Okay? So. Jetzt. Tadel ich die, die das machen? Nein. Das ist ihre Zeit. Ihre Zeit geht verloren, der Zeit, wo sie dorthin fahren, können sie nicht arbeiten gehen, beispielsweise. Um sich darauf vorzubereiten, können sie nicht arbeiten gehen. So funktioniert die Dauer. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass die Prediger nicht unterstützt werden. Normalerweise bei einem christlichen Prediger, die fahren mit dem Hubschrauber geflogen. Aber darum geht es nicht. Nochmal, was mir nicht in den Kopf geht, ist, wie es Leute geben kann, und ich hätte früher ganz andere Worte gefunden, die das Problem darin sehen, dass jeder Dauer macht. Natürlich ist es ein Problem, wenn Leute, die nicht von Alu Sunna Wul Jamaah sind, irgendeinen Schwachsinn labern. Natürlich ist es ein Problem, wenn Leute Vorträge machen, die keine Ahnung haben. Natürlich ist es ein Problem. Aber was ist die Lösung des Problems? Die Lösung des Problems ist nicht, dass wir denen sagen, halt die Schnauze, mach nichts, bleib sitzen, ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir deren Aktivität, deren Liebe in die richtige Richtung lenken, indem wir denen sagen, guck mal Bruder, guck mal Bruder, du hast sehr viel Motivation, aber dir fehlt das Wissen, anstatt zu reden und zu schreiben und zu machen und zu tun, mache doch dieses und jenes. Verteile doch Bücher oder drucke Kassetten oder unterstütze die Dauer mit Geld, damit man DVDs drucken kann oder mache eine Internetseite auf. Es ist schon alleine Dauer, liebe Geschwister, wenn ihr eure Freunde anrufen, sagt, ey, wollen wir heute in die Moschee fahren, das ist Dauer, das ist eine wunderbare Dauer, das ist eine wunderbare Dauer. Hey, Bruder, kommst du heute mit? Und ich gebe euch allen einen Ratschlag. Ladet meine Videos runter, ich wünsche, dass die verloren gehen irgendwann mal, kauft euch eine Festplatte, das wäre mir noch lieber, ladet die Videos runter und dann etwas anderes, nehmt euch heute eure Telefonliste. In den Moscheen gibt es meistens, ihr könnt ja sagen, ob das stimmt oder nicht, ganz wenig Aktivitäten, ihr könnt jetzt gleich schreiben, wie ihr die Aktivitäten bei euch in der Gegend findet, in den Moscheen, was für die Jugend getan wird, was für die Leute getan wird, die weit weg sind von der Religion, ja, ich möchte kurz auf diese Frage antworten, eine Schwester fragt, darf eine Frau fünfmal beten, Kopftuch tragen, nur wenn sie betet und nicht Kopftuch tragen, also wenn sie nicht betet, ich denke mal darum geht es, erst mal, das Gebet und das Kopftuch tragen, Fragen außerhalb des Gebetes sind zwei getrennte Sünden voneinander, nicht, ich beantworte die Frage, weil die so wichtig ist, das System dieser Frage ist so wichtig, ich kriege diese Fragen immer wieder, solche Art von Fragen, darf ich das und das Gute tun, das Gebet zu verrichten, eine gute Tat tun, wenn ich diese und jene Sünde mache, erstens, das Gebet nicht zu machen, ist eine viel, 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 größere Sünde als kein Kopftuch zu tragen, okay, so, aber im Gebet ist es eine Bedingung, damit das Gebet akzeptiert wird, dass ich alles bedecke, bis auf Gesicht und Hände und manche Gelehrte sagen auch, die Füße müssen nicht bedeckt sein, das sagen manche Gelehrte und manche Gelehrte sagen, die Hände müssen auch bedeckt sein im Gebet, aber okay, die meisten Gelehrten sind der Meinung, Gesicht und Hände müssen bis auf Gesicht und Hände muss bei der Frau alles bedeckt sein, okay, das ist eine Bedingung, damit das Gebet akzeptiert wird, warum soll ich sagen, weil ich außerhalb des Gebets kein Kopftuch trage, was eine Sünde ist, mache ich jetzt noch eine schlimmere Sünde, Brüder und Schwestern, merkt euch diese Regel, eine Sünde, die ihr macht, darf euch niemals davon abhalten, eine gute Tat zu machen, ich kriege diese Frage immer wieder, was ist, wenn man im Ramadan fastet, aber man macht dieses und jenes, viele haben das gar nicht verstanden, das Video, was ich gemacht habe, darf in dem Ramadan eine Bank überfallen, das ist eine wichtige Frage, weil ich habe das extra so formuliert, diese Frage, weil ich andauernd diese Frage gestellt kriege, über irgendwelche Sachen, die eine Sünde sind, darf man das machen, darf man Ramadan fasten, wenn man auch das und das macht, was ist mit dem Fasten, wenn ich das und das, eine Sünde, die man macht, darf einen niemals dazu bringen, noch eine andere Sünde zu machen, oder es wird niemals eine Sünde erlaubt, oder man wird niemals gezwungen, weil man eine bestimmte Sünde macht, noch eine andere Sünde zu machen von Allah. Das heißt, weil ich kein Kopftuch trage, darf ich jetzt nicht beten, was noch schlimmer ist. Entschuldigung, Schwester, wenn ich so krass rede, ich bin hier einfach emotional, das ist nicht gegen dich gerichtet, Sondern, weil ich dafür brenne, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will diese Regel rüberbringen. Eine Sünde, die man macht, soll einen dazu führen, eine gute Tat zu machen, nicht eine weitere schlechte Tat zu machen. Denn Allah sagt, wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, der soll es tun, der wird es sehen, wer nur ein Staubkörnchen Schlechtes macht, der wird es sehen. Und der, dessen Waagschalen schwer sind, der wird in einem zufrieden Leben sein. Deswegen, Schwester, das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet gewesen, nicht, dass du mich falsch verstehst, ich bin froh, dass du diese Frage gestellt hast, damit die auch für andere beantwortet wurde, weil ich rede so, weil ich verzweifelt bin, dass ich Muslime sehe, die denken, sie dürfen eine gute Tat nicht machen, weil sie andere schlechte Taten machen. Und da sind wir wieder beim Thema. Da sind wir wieder beim Thema. Guck mal, ist das Problem mangelnde Dauer oder ist das Problem zu viel Dauer? Wir sehen hier in dieser Frage, das Problem ist mangelnde Dauer. Das muss normalerweise in den Moscheen gelehrt werden. Das muss man normalerweise wissen. Ist nicht böse gemeint. Ich bin froh, dass du die Frage gestellt das. Das ist nicht böse gemeint. Aber ich verstehe nicht, wie Leute dann auf die Idee kommen, zu denken, das Problem wäre die mangelnde Dauer. Wenn jemand Unsinn erzählt, wir müssen die Leute recht leiten. Wir müssen den Leuten sagen, die Falsches sagen in der Dauer. Bruder, guck mal, bitte, du rede nicht über dieses und jenes Thema. Rede nicht über dieses und jenes Thema. Und nur weil es hier und da irgendwelche Verrückten gegeben hat, die in der Dauer Falsches erzählt haben, heißt es doch nicht, heißt es doch nicht, dass man keine Dauer mehr macht. So. Oder Dauer mehr machen soll. Deswegen das Problem ist mangelnde Dauer. Jeder so wie er kann. Und macht mit, es ist eure Verantwortung. Okay? So. Ich bin manchmal motiviert, die Leute zum Islam einzuladen. Zu motiviert, die Leute zum Islam einzuladen. Das verschreckt viele Menschen. Oder ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht bildest du dir das nur ein. Ich kann mir jetzt kein Bild genau davon machen. Aber ich glaube eher, dass das vom Scheitan ist, um dich davon wegzubringen, Dauer zu machen. Und weil zu motiviert zu sein, ich weiß es nicht. Es gibt immer Leute, die laufen gehen. Beim Propheten haben sie sich die Ohren zugehalten. Aber natürlich, wenn man weiß, man wird schnell aggressiv oder man benimmt sich voll daneben, dann verteile einfach nur Blätter. Bist du ein IS Anhänger? Ich habe bestimmt schon 20, 30 Vorträge über dieses Thema gemacht. Ich stehe auf der Todesliste vom IS. Ich bin sogar von einem IS Anhänger wegen Körperverletzung angezeigt. Ich kriege heute immer noch solche Fragen auf meiner Seite gestellt. Naja, aber ist wenigstens eine Frage. Aber ich will nur sagen, jeder, der das behauptet, dem werde ich am jüngsten Tag nicht verzeihen. Nur, damit man Bescheid weiß. Weil die Sache ist klar und deutlich. Andauernd dieses dummere Quatsche, es geht mir dermaßen auf die Nerven, aber da sieht man, was die Medien, wie krank das ist. Du musst dir vorstellen, die erwähnen 20.000 Mal irgendeinen Müll, der sich dann verbreitet und da kannst du gegenreden, wie du willst. Es läuft immer weiter. So. Okay, liebe Geschwister, das wollte ich nur gesagt haben. Teilt das Video, liked das Video. Nochmal mein Tipp an euch, persönlicher Ratschlag, wenn ihr selber keine Dauer machen könnt, wenn ihr euch nicht zutrat, Vorträge zu machen, mit Leuten zu diskutieren, ich habe einen Dauerkurs gemacht und alle, die den Dauerkurs gemacht haben, die haben mir bestätigt, dass sie danach bei der Street Dauer keine Frage kam, auf die sie keine Antwort hatten, macht diesen Dauerkurs, den findet ihr in YouTube, vielleicht auch hier auf der Facebook Seite, ja, und dann was ganz wichtig ist, wer soll denn Ines sein? Kenne ich nicht. auf jeden Fall, also keine Ahnung, wer das sein soll, hab bestimmt schon mal irgendwo den Namen gehört, aber ich weiß nicht, wer das sein soll, auf jeden Fall nochmal dazu zu kommen, ihr nehmt euch einen, nehmt eure Seite, schaut welche Telefone ihr habt von Muslimen, ruft sie morgen an, kontaktiert sie über YouTube und sagt, guck mal, wir machen einmal die Woche eine Sitzung bei mir zu Hause, einmal die Woche eine Sitzung bei mir zu Hause und wir schauen uns Vorträge gemeinsam an, reden danach darüber, lesen etwas in, Reado Sarehim, weil das ist notwendig, weil es leider zu wenig, zu wenig Dauer gibt. Was ist Ihre Meinung über den Krieg in Afghanistan? Ehrlich gesagt, lieber Bruder, ich beschäftige mich immer mit den, in erster Linie mit den Problemen vor der Haustür, ich kenne die Tafassil, also die Details nicht so ganz genau, ich wünsche mir nur Frieden für die Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala Afghanistan und dem afghanischen Volk Frieden geben, Amen. Okay, gut liebe Geschwister, also nochmal, Daul Arka machen zu Hause, Videos runterladen, Brüder einladen, Schwestern einladen, also die Schwestern, die Schwestern, die Brüder, die Brüder und zusammen dort Videos angucken und so werden die Entschärder mehr Zusammenhalt finden. Das ist meine Botschaft von heute. Ich weiß das nicht, ich habe da noch nie was von gehört, von dieser Sache, muss ich nochmal nachschlagen, vielleicht habe ich das auch mal gehört und dann vergessen, aber ich glaube, dass es nicht stimmt. Allahu alam. Dann macht es gut. Warte mal kurz. Wali Jamil ist eine sehr, sehr schöne Frage zu diesem Thema. Bruder, ich habe leider noch nicht so viel Wissen und was ich weiß, erzähle ich gerne bestimmten Leuten, Muslimen, um sie zu warnen und die kommen mir an mit Supermuslimen und so, bis ich es irgendwann aufgegeben habe und mir denke, die müssen selber wissen, ob sie beten oder nicht. Bruder, das gehört zur Darwere zu. Das gehört zur Darwere zu. Der Prophet, a.s.w., wurde abgelehnt. Guck mal, was Allah über Nuh, a.s.w. im Koran sagt. Rabbi, inni da'autu qawmi leila wa naharaa, فlam yazidhum du'aai illa firaraa, wa inni kullama da'autuhum li tagfira lehum, جعلوا أسعبيهم في آذانihim, واستغشow ثyabahum, وأصروا واستكبروا استكbaraa, ثمّ إني دعوتuhum جiharaa, ثمّ إني عَلَنْتُ لهم وَأَسْرَاتُ لهم إِسْرَارا, فَقُلْتُ استغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا Das sagt Allah über Nuh, a.s.w. Der hat mit den Gerufen tags und nachts und offen und verdeckt. Was haben sie gemacht? Die haben sich die Finger in die Ohren gesteckt, haben die Kleidung über den Kopf, die wollten nichts hören. Das ist normal, das gehört dazu. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Der beste Tipp von mir ist, mach Dua. Mach Dua vor, sag, oh Allah, gib mir die Kraft, heute mit jemandem über diese Religion zu reden. Oh Allah, öffne die Herzen von den Geschwistern. Der Bruder Abu Adam, der darf keinen Kontakt mit uns haben. Fünf Jahre lang. Überhaupt nicht. Ein Telefonat, ist er, glaube ich, ist er, glaube ich, sofort wieder im Knast. Okay? Gut, liebe Geschwister, das war's dann für heute. Macht's gut. As-salamu alaykum. Warte, ich wollte eigentlich schon zehn Minuten, weil ich sehe gerade, es ist so lang geworden. Ja, das weiß ich leider nicht, ob der Karl noch lebt. Möge Allah sich ihm erbarmen. Bruder, das Problem ist bei uns, wir haben mit so vielen Leuten zu tun, ja, in ganz Deutschland zu tun gehabt. Es ist so krass, ja, dass ich manchmal Leute treffe, die mir sagen, ey, ich bin mal mit dir da und da hingefahren. Sag ich, Bruder, tut mir leid, ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Ja? Hast du neue Dawa Flyer? Noch nicht, aber inshallah werden die bald kommen. Marit Jod, du auch jung. Okay, gut, das war's jetzt. Wenn nicht noch eine neue, schöne, wichtige Frage kommt. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nochmal an die Schwester von eben, sei mir nicht böse, weil ich ein bisschen emotional war, das war nicht wütend auf dich, sondern ich war so, ja, auf diese Art und Weise. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.